So liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu We Were Here Together. Wir kochen zusammen in der kleinen Chemieküche, der Sanni und ich. Hallo Sanni. Hallo Matze. Sanni, ich muss machen, du hast Rezept, ja? Ja. Und jetzt erklär mir. Also wir waren das letzte Mal ja irgendwie nicht so richtig weitergekommen. DL. Was? Schlüssel mir mal DL auf. DL. Delfologiskate. Delfologiskate? Ja. Das ist. Das ist so ein Löwenzahn mit Kopf unten drunter. Richtig? Kreuz auf dem Kopf, Knolle und dann zwei Blätter. Ja, mit. Am Stängel. Ja, am Stängel. Mit zwei Beinen unten dran. Ja. Ja. Nimm das mal auseinander. Auseinander nehmen. Jetzt gucken wir mal, hier haben wir noch eine andere Maschine. Ein anderes Gerät. Mal gucken, ob das hier teilt. Ja, das teilt. Ah, und jetzt kommen die Sachen, von denen du die ganze Zeit schon geredet hast. Pat auf. Pat auf, ja. Pat auf. Pat auf. Ich habe jetzt diesen Pilz, der sich aufteilt. Ja, warte mal. Wie hießen die da mal? Das weiß ich nicht. Das ist Fungiribarex. F.A. glaube ich, ne? Fungiribarex ist F.A. Ja, dann ist das das. Und du müsstest jetzt P.O. haben. Gucken wir mal. Prim Maxiophilexo. Maxiophilexo. Das sind die zwei Gänseblümchen. Hab ich. Oh. Um Himmels Willen. Wird vereint. D.L. halt. Aber, du könntest mal die, äh, beiden Gänseblümchen auseinanderbauen. Also, nee, warte mal. Jetzt habe ich das ja vereint. Und jetzt habe ich ja wieder das Ding, was ich vorher hatte. Ach, du bist doch ein Trottel. Halt die Knauze, ja. Du baust wieder auseinander. Ja, mach ich doch. Sei doch ruhig. Sei doch mal friedlich. Hallo. Wir haben jetzt wie viele Folgen am Stück aufgenommen? Ich bin langsam auch ein bisschen Kiri, ja? Keine Ahnung. Und es ist gleich eins. Vor allen Dingen, ich glaube, wir haben alle Folgen bis jetzt in zwei Aufnahmesessions gemacht. Das muss man uns jetzt mal zugute halten, ja? Nee, es sind drei. Wir hatten anderthalb Stunden Pause zwischen der ersten und der zweiten. Das zähle ich als eine, ja? Das stimmt. Also. Wo waren wir stehen geblieben? Kommen wir doch mal bitte wieder zum Wesentlichen zurück, junger Mann. So, du baust jetzt, du baust jetzt das DL-Ding auseinander. Hab ich doch. Dann hast du die Gänseblümchen. Ja. Gänseblümchen Bauhoch auseinander. Aha. Dann sag das doch gleich. Hei doch. Jetzt macht er fertig. Jetzt kommt ein PL. PL. Nee, warte. Ein DL. DL. Ich kann es nicht lesen. Nein, P. PL wahrscheinlich. Nein. Er kennt es nicht. Wie sieht es denn aus? Nee, es hat nur Buchstaben drauf, aber ich sehe die nicht komplett. Doch, PL. P. L. PL. Was ist denn PL? Festaxioluoborate. Festaxioluoborate. Warte mal. Ich gucke mal. Und ich habe eine Rübe mit drei Blättern obendran. Warte mal. Ich muss jetzt die Rübe mit drei Blättern obendran. Was ist das denn für eine Rübe mit drei Blättern obendran? OX, oder? Schau mal eben OX nach. Oximorexoris. Sieht aus wie eine Karotte, die oben drei wirkliche Blätter dran hat. Echte Blätter. Ja. Ja. Das ist OX. Okay. Kannst du die Dinger duplizieren? Nö, duplizieren nicht. Ich kann es nochmal machen. Dann mach das nochmal. Brauchen wir es zweimal? Wir brauchen PO auf jeden Fall zweimal. Das war also, jetzt fange ich nochmal an. Das eine Ding auseinandernehmen, ne? So, dass du die Gänseblümchen kriegst. Genau. Gänseblümchen brauchen wir zweimal. Und Gänseblümchen. Gänseblümchen nehme ich nochmal auseinander. Ne, Gänseblümchen lässt du. Gänseblümchen sind das, was wir brauchen. Okay. Habe ich aber jetzt nur eins gerade. Wir brauchen davon aber zwei. Dann machen wir das nochmal. Ah, jetzt ist aber hier der Tank nicht mehr da. Da müssen wir nochmal warten. Da ist er. Ich werde gleich auch kirre. So, zweimal Gänseblümchen, ja. Ja, okay. Ähm. Und einmal, du hast jetzt zweimal fertige Gänseblümchen und einmal auseinandergebaut, ne? Ja, also auseinandergebaut habe ich es jetzt ein paar Mal, ja. Also auch die Gänseblümchen selber, sodass diese Karotte mit drei Betteln rauskommt? Die habe ich einmal, ja. Und da kam noch was raus. Dieser... Was war das? Hils mit dieser breiten Basis und den fünf Hüten. Vier große und zig kleine, die in alle Richtungen weggehen. Hung-Bi-Hiri-Barex. Was ist das für eine... Ein Schlüssel, äh... F-A. F-A. Okay. Was ist, äh... P-B. Paraxiroborate. Paraxiroborate. Paraxir? Paraxiroborate. Ah, das ist dieser Krebs. Okay. Dieser Krebs, aber nicht der Einsiegler, sondern der normale Krebs quasi. Ich habe keinen normalen. Also ich habe diesen Einsieglerkrebs mit diesem spitzen Dach. Ja. Und dann habe ich einen Krebs mit einem flachen Dach quasi und zwei Antennen. Ja, sie aussieht, als würde er vor einer Muschel sitzen. Ja, so ein bisschen. Ja, okay. Ja, den habe ich. Den nimmst du jetzt? Ja. Und kombinierst den mit... Der Karotte mit drei Blättern. Okay. Kommen wir hin. Und da kommt raus... Buch. Eine Rübe mit Wurzelwerk unten dran. Und zwei hängenden Blättern. Ja, Aliumicna. Okay, habe ich nicht im Buch. Ist nicht so schlimm. A, M und P, O. Also diese... Aliumicna, ja. Und Gänseblümchen? Ja. Gänseblümchen, ja. Ja. Kombinieren. Ja, genau. Diese Aliumicna. Ja. Mit Gänseblümchen. P, O. Genau. P, F. Auch fertig. So, was ist P, L? P, O. P, As, Taxi, U, Lugh, O, Rate. P, A, P, R, E. Ja. P, As, Taxi, U, Lugh, O, Bo, Rate. wie sieht denn das aus weiß nicht das pl haben wir auf dem etikett stehen ja hast du das ja okay dann immer das und bl was war denn dl normal delphiogiskate das ist die der löwenzahn quasi also das was wir als löwenzahn betitelt haben ja okay die beiden kombinieren ja kommt nix bei rum wo ist da muss ol rauskomme dl nee warte mal pl und dl also dora ludwig und paula ludwig dann ist dl nicht der löwenzahn dann sagen wir mal dl kommt gleich ich setze gerade noch mal pl wieder ein delphiogiskate ja das ist diese knolle mit dem mit der frisur quasi mit dem gebüsch obendrauf ach okay und dann zwei blätter unten dran und wurzelwerk ja ich dachte ich dachte der löwenzahn der zwei stänge gehen nein nein das wäre der gänseblümchen gänseblümchen jahre ist das spät jetzt kommt etwas raus das sieht einfach nur aus wie ein knödel wie ein knödel einfach wie so ein kennst du diese dummkäfer die da so ihren scheiß durch wald rollen so in die ol kurz aufschlüssel schlüsseln oxylo 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 ja das ist genau der knödel den du brauchst so oha knödel und pf zusammen dann kommt der stein raus was wie zusammen also knödel ja oha ja und pf ach so das sind jetzt drei sachen da muss ich an der dritte gerät dringern dann kommt der rote stein drauf oha und pf der klick zu gerät läuft gerät tüttelt alter mein nerven nur deine das hat ja weißt du ich habe echt gedacht nach der nummer mit der brücke kann nichts schlimmer werden kann nichts mehr schlimmer werden das spiel ist ähm übel ich kann nicht weiter ja kannst du auch nicht ich habe den dritten seelenstein bekommen dann baule nur einen mensch den baue ich in der gerät unten ein dann proben wir der gerät und dann ist das spiel fertig weil das war ja laut story das was wir brauchen ich bin gespannt ich habe hier nämlich noch einen raum mit rätseln ich bestimmt auch den sehe ich nämlich schon hier ja wir müssen ja irgendwo mit diesem seelenstein auch hin eben ich habe ihn ich habe eine sequenz Cole der war eine k cousine Notes kommt ist macht mut es die ...to exit the stage! Hahaha! This is all I require now. Hahaha! For tonight, my king! Once I bind you, I will end our curse. Unfortunately for that, my caged friend. Hahaha! Well, I am in need of your soul. Hahaha! The moon is almost at her highest position. The hour draws near. Tick. Tock. Tick. Tock. Hahaha! Okay. Noch nicht. Tock. Tick. Hj. Tick. Also, pass auf. Ja. Ihr habt die Klinge zusammengebaut quasi. Ist wieder fertig. Ach, wir haben jetzt natürlich, da müssen wir jetzt dran denken, wir haben ja eigentlich die Charaktere getauscht, gell? Genau, ja, ja. Deswegen sieht jetzt keiner die Story geradlinig durch. Genau. Ist doch nicht so schlimm, kommen wir hin und her weg. Ja, ja, klar. Wir müssen nur ein bisschen jetzt erklären. Genau, also bei mir ist die Klinge jetzt fertig gebaut. Ja. Und da ist diese Seele rausgekommen aus diesem Schwert. Aha. Diese Essenz, die hat mich gerade durch diese Torerrichtung dagelassen, wo der Mann vorher gesungen hat. Ja. Und mich in so einen Tunnel geschickt, zum König, der das als geheimen Weg gebaut hat quasi. Mhm. Und die braucht jetzt Antworten und wenn ich sie brauche, wird sie mir zur Seite stehen quasi. Okay. Ich habe auch ein Logbuch einfach dazu, warte. Ein Werkzeug, um die eigene Seele auf den Seelenstein zu übertragen. Das klingt alles unheilbringend. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Bei mir. wie der Mund auf dem höchsten Punkt ist, um irgendeinen Fluch wieder von sich runter zu nehmen. Okay. Wer siehst du denn was? Moment. Ich habe einen Logbucheintrag. Moment. Ähm. Den hatten wir schon. Unser verlorener Forscher ist wieder aufgetaucht. Er sagt, das letzte Teil und somit der Weg, den Seelenstein zu erschaffen. Oh, das hatten wir beim letzten Mal schon, beim vorletzten Mal. Entschuldigung. Wir wurden getäuscht. Diese Träume, die uns heimsuchten. Dieser Rettungsversuch war nichts als eine böse Verschwörung. Wir wurden also instrumentalisiert, nur um diesen Seelenstein zu beschaffen. Okay. Glaube ich sehe dich. Das ist schön. Warte mal kurz. Ich teste mal irgendwas. Du kannst ja mal winken hier. Hallo. Wir können ja winken. Warte mal. Ich will mal irgendwas gucken. Haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? Ne, stimmt. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Wink mal. Einen Moment. Hallo, Sani. Ja, ich sehe dich. Hallo. Hallo. Wo bist du denn? An der anderen Seite quasi. Da ist noch so ein Käfig. Ja. Unter dem Käfig. Das ist ein Fenster. Ach, da hinten. In dem Fenster. Stehe ich. Hallo. Hallo. Na? Na? Guck mal, ich kann sogar. Das da. Das ist schön. Das nutzt mir nur gar nichts. Ach, jetzt bin ich frei. Danke. Ja. Oh, oh. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ja, ich habe hier so verschiedene, äh, verschiedene Dinge. Warte mal. Wir müssen gemeinsam eine Möglichkeit finden, hier rauszukommen, bevor Mitternacht anrichtet. Okay, wir haben Zeitdruck. Ja, war ja klar, ne? Also, ich habe hier verschiedene, äh, Statuen quasi. Ja. Mit Hebeln drunter, wie ich ziehen kann. Oh, ich habe einen Knopf. Ich drücke den mal. Damit kann ich Statuen drehen. Okay. Kann einen Pfeil unter den Statuen ändern, quasi. Hin und her drehen. Ja. Damit irgendwie was ändern. Ich habe aber auch zwei solcher Räume. Also, auf zwei Seiten. Du musst immer mega, mega lang hin und her rennen, quasi. Okay. Was kannst du denn mit den Statuen machen? Ich kann nur einen Knopf drücken. Also, hier stehen vier Statuen auf. Vier Statuen hört sich gut an. Ja. Sag mir mal, warte mal. Äh. Ich bin auf der anderen Seite jetzt gerade, da, wo du vorher warst. Ja. Da bin ich im Fenster. Siehst du mich da springen? Ich würde dich sehen, wenn ich da hingehe, ja? Okay. Dann sag mir mal an der Seite, wie rum die Statuen stehen, wenn du davor stehst. Hallo. Hallo? Hallo? Ja, ich sehe dich. Also, wenn ich wo davor stehe, wenn ich auf die Statuen drauf schaue. Genau, wenn du geradeaus davor stehst. Dann guck die linke Statue nach rechts. Ah, nein, die gucken sich an. Das ist schlecht, weil die eine kann ich nicht zusammenbauen. Was auch immer du mir sagen willst. Das sind die Gegenüberliebenden. Guck mal, jetzt hängt meine Maus wieder. Super. Die eine guckt zu mir, die linke, und die rechte guckt die andere an. Die eine guckt zu dir, und die andere guckt die andere an. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Diese Musik mit diesem riesen Klack hinten im Hintergrund, das macht mich echt ein bisschen wahnsinnig. Aber nur so ein bisschen, ja? Die eine guckt zu dir, und die andere guckt die andere an. So könnte fast sein. Bin mir aber nicht sicher. Wenn ich den Knopf drücke, drehen sie sich eh und stehen anders als davor. Ja, dann drück du mal den Knopf. Ja, ich weiß ja nicht, ob du so weit bist, dass ich ihn drücken kann. Ja, drück mal. Aha. Die drehen sich immer nur um eine Viertelrunde. Ja, drück noch mal. Ich hab dich ja nicht gedreht. Drück noch mal. Auf der Seite drehen die sich nicht. Ich höre doch was drehen, jetzt warte mal kurz. Ja. Ich höre, dass ich irgendwas drehe. Ich weiß noch nicht was. Ach so, warte mal. Es kann sein, dass die sich... Ah, hier haben die sich jetzt verändert. Drück noch mal. Kleinen Moment. Kannst mir ja mal beschreiben, was du da tust. Ich sehe quasi auch vier Statuen. Wo ich einen Pfeil drunter habe, den ich drehen kann. Nach der rechts und links. Wenn ich den jetzt umdrehe, warte mal. Ich bin jetzt an der Seite, wo ich dir eben hallo gesagt habe, also wo ich gesprungen bin quasi, weißt du? Bist du mich hier? Ich komme rüber. Weißt du? Ja. Ja, okay. An der Seite bin ich jetzt. Ich nehme jetzt eine Statue und drehe die mal. Drück mal einen Knopf. Dreh die sich in die andere Richtung. Wie in die andere? Also, vorher hat sie sich in die andere Richtung gedreht. So, jetzt? Wie rum hat sie sich jetzt gedreht, die beiden Scherze? Beobachte die mal. Die eine, die hintere bei dir am Fenster, dreht sich im Uhrzeigersinn, die andere entgegen. Okay. Drehen die sich jetzt beide in die selbe Richtung? Ja. Ich glaube, die sollten doch am Ende alle so stehen, dass sie diesen Gang hier bewachen, oder? Nee, dass sie wie bei mir stehen, denke ich. Also, die eine vorne am Fenster quasi. Ja. Die steht, zu dir geguckt. Jetzt geht was auf. Geht auf. Das klang, als wäre es ein Tor aufgegangen, oder so. Ist bei dir was aufgegangen? Nö. Die Tür ist auch noch zu. Ah, es ist übrigens schon... Irgendwie abends um sieben. Das ist schlecht. Ja. Also, ich gehe nochmal zurück zur... Drehen die sich denn alle, oder hast du zwei Knöpfe? Nee, nee. Es drehen sich immer alle vier. Also, pass auf. An der Seite, wo wir gerade waren, ne? Ja. Die am Fenster... Ja. ...muss zu dir gucken. Dann drehe ich es einfach mal so hin, ja? Warte mal kurz, schau mal kurz. Zu spät. Die andere, genau 180 Grad gedreht sei. So, dass du sie von dir wegguckst. Das hätten wir jetzt. Okay, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite, wie das da aussieht. Ja. Aber das dauert immer ein bisschen. Mach mal... Ja, ja. Dann leg doch einfach mal deinen Hintern. Mach nicht so'n Stress. Doch. Weil eigentlich schon fast wieder Folgenpause. Ja, ich weiß. Da ist es so, dass die am Fenster, wenn du davor stehst... Ja. ...nach rechts guckt. Wie, wenn ich mich vor sie stelle und sie anschaue? Ja, genau. Also vom Gang aus, vom Mittelgang aus. Ich weiß nicht, wie steht's? Ja, ja, glaube wohl. Du hast hier die Thronseite. Ja. Die guckt zum Thron hin? Ja, genau. Aktuell tut sie das, ja. Und die andere, wenn du davor stehst, guckt zu dir? Nein, die guckt von mir weg. Ist schlecht. Dreh noch mal alle um 180 Grad vor. 180? Ja, die eine muss ja zu dir gucken. Tut sie's jetzt. Welche? Die eine ist gut gesagt. Die, die vorher von dir weggeguckt hat. Auf der Seite, wo ich gerade bin. Ja, die guckt jetzt zu mir. Und die andere steht jetzt nach links. Richtung... Die guckt Richtung Thron vorne. Die guckt vom Thron weg. Ja. Das ist schlecht. Scheiße. Das ist vier. Statuen kombiniert. Und nur mit drehen rechts und links. Ich weiß nicht ganz, was du da eigentlich genau machst. Das ist mir noch nicht klar. Ich drehe noch mal um 180 Grad, bitte. Ja, es ist langsam 8. Ja, ich kann doch nichts ändern. So, jetzt guckt die eine vordere wieder Richtung Thron. Rechts oder links? Auf der Seite, wo du bist oder auf der anderen? Auf der Seite, wo ich bin. Du bist jetzt an dem Fenster, wo du mich zuerst... Ja, quasi an der Thronseite bin ich jetzt. Ja, genau. Naja, das ist nicht die Thronseite. Thron ist hinten oder vorne, ist nicht links oder rechts. Ja, die... Die vordere, die von mir jetzt am weitesten weg ist... Die am Fenster quasi. Ja, die guckt jetzt zu mir. Zum Thron? Zum Thron, ja. Okay, und die andere weg von dir weg. Nein, die guckt jetzt zur Wand. Also, ähm... Wenn du davor stehst, guckt sie zu mir oder zu dir von dir weg? Dann guckt sie von mir weg. Schlecht. Du musst genau andersrum stehen. Nein, theoretisch. Aber das kriege ich gar nicht hin, so dass du passt. Warte mal. Dann machen wir jetzt eine Pause, Sunny. Würde ich auch sagen. Sonst wird das gar nichts. Ich glaube auch. Jo. Alles klar, dann. Vielen Dank fürs Schauen, äh... Schauen, ja. Ja, ja, schau. Ja, ja, schau. Das geht dir schon so mit. Das Spiel macht einen fertig, ne? Aber auch voll. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.